Warum ist der Vatikan so interessant für Spione? Der Vatikan ist ein Global Player. Er ist auf der ganzen Welt präsent, sozusagen Orbi et Orbi. Mehr über den Vatikan und Spionage erfahren Sie in unserer neuen Serie Operation Pontifex. Der Vatikan im Visier der Geheimdienste. Schalten Sie ein. Untertitelung des ZDF, 2020